Die angehenden Gesundheitsmanager am Campus M21 organisierten im Rahmen des Studienmoduls Management den Cooking Day 2016. Dabei handelte es sich um eine Maßnahme des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ziel war es am Campus M21 unter dem Motto Essen entspannt, entspannt essen, als gesunde Hochschule neue Wege zu gehen. Die Zielsetzung von dem Event ist grundsätzlich erstmal die Mitarbeiter für das Thema Stress, aber auch für das Thema Ernährung zu sensibilisieren. Wenn ich mich natürlich gesund ernähre, kann ich dadurch auch einen positiven Einfluss auf mein Stresslevel erzeugen. Gemäß der Campus gewisse praxisnah studieren, wurde der Input beim gemeinsamen Kochen sofort umgesetzt. Wir wollten die Praxisnähe mit der Theorie und dem wissenschaftlichen Hintergrund verbinden. Und das in einem Event. Und ich glaube, das hat bisher ganz gut geklappt. Wir müssen allerdings noch kosten. Und dann werden wir das Ergebnis hoffentlich positiv bewerten können. Praxisnähe ist dabei kein Selbstzweck, sondern erhöht den Lerneffekt. Es hat sehr, sehr, sehr Spaß gemacht, einfach mal den Mitarbeitern irgendwie auf eine andere Ebene zu begegnen. Dieses Rumschnippeln, dieses Miteinanderreden, dieses, ja, einfach dieses Austauschen, so während dem Schnippeln, das hat einfach sehr großen Spaß gemacht und war einfach mal was anderes und hat mich total abgelenkt von meinem Alltag. Es war eine richtig tolle Erfahrung.